Die Dosis 0,5 mg Adam Petracelli, 16 Jahre, nimmt an der klinischen Studie für Tosaprax teil. Er beteiligt sich nur widerstrebend an den Therapiesitzungen. Kommunikation ausschließlich nonverbal. Nicht ungewöhnlich, wenn man seinen Widerstand gegen den therapeutischen Aspekt der Medikamentenstudie bedenkt. 15. August 2012 Mein erster Arzt hat gesagt, es sei ungewöhnlich, dass die Symptome sich schon bei einem so jungen Menschen manifestieren. Bei männlichen Patienten wird Schizophrenie für gewöhnlich erst im Alter von Anfang bis Mitte 20 diagnostiziert. Ich weiß noch, dass ich dachte, na toll, scheiße, ich bin was ganz Besonderes. Wahrscheinlich dürfte ich in diesen Einträgen eigentlich nicht fluchen. Scheiße. Aber sie haben mir zugesagt, dass die Einträge vertraulich behandelt und niemals gegen mich verwendet werden. Also kann ich meiner Meinung nach hier so reden, wie es mir passt. Und ich werde mir auch nicht den Kopf über grammatikalische Feinheiten zerbrechen, ob man einen Satz mit einer Konjunktion beginnen darf und so. Wenn dies hier wirklich, wie sie es ausgedrückt haben, ein sicherer Ort, um mich frei auszudrücken ist, dann werde ich alles, was mir durch den Kopf geht, genau so aufschreiben, wie es mir durch den Kopf geht. Ihre Fragen werde ich beantworten, aber nicht während unserer Sitzungen. Ich mache das hier, denn auf dem Papier kann ich mir das, was ich geschrieben habe, noch einmal durchlesen, bevor ich es ihnen in die Hand gebe. So kann ich selbst bestimmen, was sie sehen und es vermeiden, etwas zu sagen, das vielleicht ein Anlass wäre, mich aus der Medikamentenstudie auszuschließen. Wenn ich mit jemandem rede, sage ich nicht immer exakt das, was ich wirklich meine. Und da es unmöglich ist, einmal ausgesprochene Worte wieder runterzuschlucken, rede ich lieber gar nicht, wenn möglich. Damit müssen sie eben klarkommen. Aber ich verstehe, dass sie Fragen zu meiner Krankheit haben. Wenn Leute davon erfahren, haben sie ab dem Moment kein anderes Thema mehr. Sie wissen wahrscheinlich, dass meine Mom und mein Stiefvater sie ausgewählt haben, weil sie viel Erfahrung besitzen. Und ich muss zugeben, dass sie ziemlich cool geblieben sind. Nach ungefähr zwei Minuten bleiener Stille haben sie mir einen Blog gegeben und mich angewiesen, meine Antworten nach unseren Sitzungen aufzuschreiben, wenn ich nicht mit ihnen reden will. Und das will ich wirklich nicht. Natürlich werde ich alles dafür tun, dass es mir besser geht. Daran liegt es nicht. Der Grund ist, dass ich nicht hier sein will. Genauer gesagt will ich nicht, dass das hier real ist. Ich würde die Therapie gern genauso behandeln wie all die anderen Dinge, die ich lieber ignorieren möchte, als würde sie nicht existieren. Eines weiß ich nämlich jetzt schon. Diese Sitzungen werden rein gar nichts bringen. Aber das Medikament vielleicht.